Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Damit herzlich willkommen zur neuen Altcoin-Analyse, beziehungsweise Bitcoin-Chart-Update. Und heute mit im Programm von der Blockreporter-Community gewählt, haben wir XRP und wir haben Cardano und selbstverständlich, wie gesagt, das Bitcoin-Update. Und du siehst hinter mir schon XRP und es sieht eigentlich relativ gut aus. Wenn wir uns das jetzt ansehen, aber all eyes on Bitcoin, was das bedeutet, alle Infos in diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch bei dieser Folge wieder mal begrüßen zu dürfen. Und die Community, ich habe es ja gesagt, hat wieder abgestimmt. Und das kann ich dir auch direkt mal einblenden. Und dann siehst du, dass Ethereum hat gerade noch so ein bisschen aufgeholt, hat es aber nicht mehr geschafft. XRP und Cardano sind eure Lieblinge in dieser Woche. Wenn du nicht weißt, was die Telegram-Gruppe ist, das findest du unten in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar. Vollkommen kostenlos für jedermann. Also natürlich auch für jede Frau und alles dazwischen auch. Also komm zu uns, schau einfach mal rein, sag Hallo, wir sind eine sehr, sehr nette Truppe. Also guck einfach mal bei uns vorbei. Ja, ich glaube, wir fangen auch schon an, denn mein Kopf bringt mich heute um. Wunderschönes Wetter hier bei uns, aber mein Kopf explodiert einfach. Aber, wenn ihr fleißig abgestimmt habt und auf dieses Video geklickt habt, dann möchte ich für euch auch regelmäßig diese Videos bringen. Und erst wenn der Kopf wegfliegt, hören wir dann auf, diese Videos zu machen. So, also, XRP. Okay, vielleicht auch nochmal ganz zur Erklärung, weil wir bekommen ja sehr, 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 sehr viele neue, nicht nur Abonnenten auf diesem Kanal, sondern auch glücklicherweise viele Leute, die sich zum ersten Mal mit Kryptowährungen auseinandersetzen. Was wir hier machen, ist die technische Chartanalyse, nicht zu verwechseln mit der fundamentalen Chartanalyse. Also, und wer in meinem letzten Video vielleicht mal in den Kommentaren geguckt hat, da kam ja irgendwie das Ding, funktioniert nicht, weil man immer nur in die Vergangenheit guckt. Sicher, wir werden jetzt auch gleich nochmal in die Vergangenheit gucken, aber das war die alte Chartanalyse. Und dann siehst du es auch, wir arbeiten hier mit Wahrscheinlichkeiten. Wir können nicht die Zukunft voraussagen. Also, was wir hier gemacht haben, zu dem Zeitpunkt, wir konnten nicht voraussehen, dass der Kurs exakt das hier einnimmt. Und wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, mit Chartpattern, also mit Formationen, was du hier hinten siehst, quasi eine Bärfleck. Aber wir haben gesagt, wir sind in einem Bullenmarkt und könnten vielleicht nochmal eher steigen. Und dann müssen wir einfach mal absehen. Aber wir haben gesagt, das ist eine Bullfleck, nach der Statistik müsste es eigentlich, oder nach der Regel müsste es eigentlich nach unten gehen. Aber wir haben gesagt, Bullenmarkt, da verliert das alles seine Wertigkeit. Und dann siehst du das, wir haben im Prinzip die Zukunft vorausgesagt mit einer Wahrscheinlichkeit. Also, ich habe gesagt, ich sehe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir hier hochgehen. Und außerhalb des Kanals, das haben wir jetzt hier auch gemacht. Du siehst, dass wir tatsächlich sogar, ja, das war Zufall, dass ich gezeichnet habe, aber hier war tatsächlich Schicht im Schacht. Das heißt, wir sind ausgebrochen und dann haben wir hier diese Seitwärtsbewegungen gesehen. Und nicht wie eben nach dem Bilderbuch hier nach unten. Spoiler Alert, das gleiche erwartet uns in ähnlicher Form auch, ja, in der Gegenwart, was wir jetzt hier sehen. Und du kannst auch noch gut erkennen, was ich auch immer sage, so diese Retests. Das heißt, der Kurs, gut, das können wir jetzt ohnehin einfach mal löschen. Das brauchen wir nicht. So. Das heißt, wir sind hier quasi aus unserem Kanal ausgebrochen, wieder reingedroppt. Danach haben wir uns, den Widerstand haben wir im Übrigen auch dargesetzt. Und nicht erst mal dann. Das heißt, so ein bisschen die Zukunft kann man sich zum Beispiel, zumindest schätzen, nicht vorhersagen, aber schätzen. Das heißt, nachdem wir quasi runtergebrochen sind, hatten wir das Ganze hier wieder als Widerstand bullisch durchbrochen. Danach ist der Kurs einfach nur noch weiter angestiegen. Aber du siehst, auch hier jetzt eine Woche, beziehungsweise ja noch eine Woche später, auch hier ist dieser Trend oder diese Linie, die wir das letzte Mal gezeichnet haben, immer noch präsent. Deswegen gucken wir uns auch immer die Vergangenheit an. Aber da muss ich allen recht geben. Chart-Technik alleine, um ein Projekt, Krypto-Projekt zu beurteilen, schon mal gar nicht. Also befass dich gerne auch mit der fundamentalen Chart-Analyse. Besonders auch gerade am Anfang, wenn man sich irgendwie zum Beispiel mit Bitcoin beschäftigt. Was ist Bitcoin? Was ist der Use-Case? Wie viele User hat denn überhaupt Bitcoin? Wen gehört Bitcoin? Wie lange ist Bitcoin am Markt? Solche Sachen. Also ich meine damit nicht einfach irgendeine News lesen. Das ist keine ausreichende fundamentale Analyse. Aber sollte man sich auch befassen. So. Ich habe ja gesagt, wir haben jetzt in der Gegenwart das Gleiche, was wir auch hier hinten hatten. Ich zeichne es ganz kurz hier ein. Also ein Drop. Dann geht das Ganze hier nach oben. Und geht erstmal nach unten. Also ein Drop. Dann geht das Ganze hier nach oben. Dann geht es erstmal hier nach unten. Also das Gleiche in Grün, was wir hier hatten. Jetzt könnte man mit Fraktalen arbeiten und sich denken, gut, wir gucken, was passiert jetzt hier. Wir hatten hier diese Seitwärts. Also wir hatten Drop, Seitwärtsbewegung nach oben. Drop, Seitwärtsbewegung nach oben. So. Das könnte jetzt, wenn man mit Fraktalen arbeiten möchte, ungefähr so sein. So. Es gibt jetzt noch mehrere Sachen. Und das Einzige, was wir jetzt hier sehen, dass wir, oder was wir jetzt schon mal machen können, ist diesen Support erstmal wegmachen. Der interessiert uns jetzt erstmal nicht. Diese Linie machen wir zu einem Support. So. Zack. Und ziehen sie ein wenig wobei. Okay. Tüt, 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 tüt. Hm. Ich würde... Ne, wir machen erstmal den Widerstand. So. Denn. Auch hier wieder in der Vergangenheit, wenn du das siehst. Wir hatten hier, was ich eben auch erwähnt habe. Wir hatten hier eine Price Rejection. Hier einen längeren Docht. Und hier stoßen wir uns immer wieder den Kopf. Allerdings, wie du siehst, haben wir hier immer wieder ein höheres Hoch gebaut. Äh, ein höheres Tief gebaut, Entschuldigung. Wohl aber kein höheres Hoch. Das heißt, in naher Zukunft, das heißt, ich würde hier tatsächlich hier 26. Februar ungefähr anpeilen. Also Ende der Woche, spätestens Anfang nächster Woche, ist hier eine Entscheidung in irgendeine Richtung zu sehen. Nach dem aktuellen Kursverlauf, deswegen auch All Eyes on Bitcoin. Wie gesagt, das ist hier erstmal der schwache Support, wo man sagt, wenn es da drüber geht, vielleicht ein Retest. Müssen wir uns das mal anschauen. So, so, zack, zack, zack. Eigentlich interessiert uns aber... So, zack, zack, zack. Hier. Wir werden auch gleich nochmal auf die konkreten Preise eingehen. So, zack. Also. Eigentlich interessiert uns dieser Widerstand. Wir haben einen aktuellen Kurs bei XRP von 0,47 US-Dollar. Und der größere Widerstand, den es tatsächlich als Ziel zu brechen gilt, sind die 0,54 US-Dollar. Der kleinere Widerstand, den wir jetzt hier quasi gerade vor uns haben, der jetzt jüngst gebrochen werden muss, sind die 0,48 US-Dollar. Beziehungsweise 48,23 US-Dollar Cent. Wenn du das so möchtest. Hier machen wir, schauen wir uns nochmal an, in welcher Range wir uns bewegen könnten. So. Wir befinden uns ja gerade in einer Seitwärtsbewegung, deswegen finde ich immer ganz interessant zu schauen, welcher Kurs ist denn hier angesagt, indem wir uns bewegen und eine Entscheidung herbeisehen. Und dann siehst du, dass der Support hier rechts im Bild bei 0,45 US-Dollar liegt aktuell. Ja, wir werden uns das Ganze einfach mal ansehen. Wir können hier auch nochmal vielleicht eine Trendlinie einzeichnen. Dieses riesengroße Extrem hier unten nehme ich nicht mit. Wir haben ja gesehen, dass auch hier schon eine Entscheidung getroffen wurde in der Richtung. Wir schauen uns das einfach mal an und dann siehst du hier auch 26., 27. Anfang nächster Woche sollten wir hier entweder den nächsten, ich weiß ja schon fast gesagt Run, also den nächsten Anstiegs sehen auf eben die 54er Marke. Ansonsten haben wir hier erstmal die Seitwärtsbewegung. Falls wir eben bis Mitte oder bis Anfang nächster Woche hier keine Entscheidung haben, werden wir hier rauslaufen und dann werden wir sehen, was da kommt. Wie gesagt, Bitcoin, ich gucke jetzt hier gerade auf den Preis 50.818. Wir schauen uns das gleich mal an. So. Ah, ja. Ditt, ditt, ditt. Ada, Cardano, erstmal über einen Dollar, endlich. So, oder endlich mal wieder, sagen wir es mal so. Was wir hier gerade sehen, wir sind hier in der 4-Stunden-Kerze. Der aktuelle Kurs vom Cardano ist 1 Dollar und 14 US-Dollar-Cent. Aber irgendwie, also wie gesagt, die Kerze, wir sind A, also zum ersten sind wir in der 4-Stunden-Kerze und zweitens ist die hier gerade noch am Laufen. Aber wir sehen hier schon, dass die Preise abermals hier auf diesem Gebiet keine Käufer finden. Das ist zu hoch für den Markt aktuell. Also ähnlich wie wir es hier hatten. Das einzige, was du jetzt zum Beispiel hier sehen kannst, den roten Docht würde ich jetzt als Spinning Top betiteln. Das heißt, wir haben die Dochte relativ groß, ein kleiner, kompakter Körper, quasi wie so ein Propeller, könnte man das sich vorstellen, ein Spinning Top, also ein drehendes Top. Und das geht nach unten. Was wir jetzt hier haben, schauen wir einfach mal. Wohl aber, ich glaube, das ist relativ ersichtlich. Ich glaube, die alte Red Zone können wir uns schenken. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, ich habe ja gesagt, so spätestens hier muss man vorsichtig sein, dass, wenn wir hier drüber gehen, sage ich ja immer, drüber über so eine Red Zone, könnte ein Fake Out werden. Und hat ja auch nicht ganz so gehalten, wie wir uns das gewünscht haben, aber wir können es jetzt erstmal wegmachen. Ich sehe es auch tatsächlich erstmal nicht als Green Zone. Ich habe nämlich jetzt gerade mal überlegt, ob wir es vielleicht stehen lassen und einfach nur umfärben. Aber nein, Sir, machen wir nicht. Wir schauen uns einfach den aktuellen Kurs an und dann sehen wir hier, dass hier, ja, die Kurse sind ganz schön tief, aber trotzdem würde ich hier einfach mal den, oder ist hier für mich der größere Widerstand, den es zu brechen gilt. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal in kleinere Chart-Einheiten gehen, gehe ich eher mal davon aus, dass wir vielleicht nochmal versuchen, diese 1,1 Dollar und 15 irgendwie anzupeilen. Du siehst hier, könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen höher, aber wir switchen einfach nochmal in die 4-Stunden-Ansicht. Und was wir jetzt gemacht haben, ist im Prinzip, oder was der Kurs jetzt hier aktuell ist, macht diesen älteren Kurs nochmal antesten. Das hat er auch hier schon gemacht. Sollten wir es abermals nicht schaffen, beziehungsweise so, ja, mein altes Dilemma, es wird ewig so bleiben, ich lasse das einfach mal, das wird irgendwie so ein Trademark, dass ich das die ganze Zeit rumkritzele. So, wir befinden uns aktuell noch in der bullischen Phase, du kennst es ja schon aus der Bitcoin-Chart-Analyse vom Dienstag, falls du noch kein Abo hast, kostenloses Abo dalassen, dann verpasst du das Ganze auch nicht, denn donnerstags gibt es nur ein kurzes Update dazu. Wir sind jetzt hier in der bullischen Phase, diese endet nach dieser Trendlinie am 28. Februar, surprise, surprise, also auch am Wochenschluss. Wir sollten uns über dieser Linie befinden, um ein bullisches Signal zu haben, hat aber jetzt zur Folge dadurch, dass wir jetzt hier nur noch quasi wenig Zeit haben, dass wir maximal quasi so einen Drop haben. Und dann am besten das hier sehen wollen, also ein Ausbruch, ein Retest mit dem ganzen Steigen, schauen wir uns mal an, ansonsten ist, wie gesagt, der absolute oder der aktuelle Widerstand, den wir haben, den großen Widerstand, den es zu brechen gilt. Also am besten das hier wollen wir sehen, ist, wie gesagt, aktueller Kurs 1,14, der Widerstand bei 1,15 und das Ziel, was es zu schlagen gibt, ist 1,21 und ansonsten werden wir hier noch einen Support haben, auch hier in der Vergangenheit einfach zu schauen, wo wir denn da hinlaufen könnten. Und dann sind wir bei 94 US-Dollar-Cent, allerdings, muss ich sagen, sind wir hier schon unter einem Dollar und das wird dann ganz schön haarig, dann siehst du auch, wenn wir hier runterfallen, sind wir in der bärischen Version. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel sowas machen würden, müsste man, wird wahrscheinlich hier nochmal dieser Bereich angetestet werden. Gut, ich glaube, damit haben wir auch das hier. Wie gesagt, entschuldige, wenn es heute ein bisschen zackiger vonstatten geht. Was ich hier schon mal gemacht habe, wir sind jetzt hier beim Bitcoin-Chart-Update, auch im 4-Stunden-Chart auf der Börse Bitstamp. Ich habe den Kanal einfach mal ein bisschen enger gezogen, wenn du das mit dem Dienstagsvideo vergleichst, einfach um hier nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Wir haben ja jetzt auch ein paar mehr Messdaten in dem Ganzen, wo denn diese tatsächlichen Ausbrüche und Fake-Out sind es nicht, aber es ist eben ein Versuch aus dem Kanal auszubrechen, damit es ein bisschen deutlicher wird. Und dann siehst du auch nochmal für unsere Anfänger, was ich gemeint habe, wir haben hier immer versucht, diesen Widerstand zu brechen. Wir hatten einen Ausbruch, einen Retest und nachdem man gesagt hat, perfekt, können wir hier, also perfekt, das ist tatsächlich, wird diese Trendlinie respektiert, kam eben dieser bullische Pump. Da hat man gesagt, wunderbar, Preise werden am Markt akzeptiert und wir können steigen. War nicht von langer Dauer, das heißt hier der riesengroße Widerstand, auch für Dienstag, den wir jetzt hier haben, der aber eigentlich gar nicht so relevant ist. Wir kommen auch, oder ich komme gleich nochmal dazu, warum. So, zack, zack, zack. Also, Widerstand, tock, liegt bei 58.354. So, du siehst es vielleicht schon, wenn du bei XRP gerade aufgehorcht hast, wirst du denken so, hm, ich sehe da etwas, sieht nicht so geil aus aktuell. Dann siehst du nämlich, dass wir hier unter so einer Trendlinie liegen. Ganz zum Vergleich nochmal hier, Ader, der Kurs, liegt über dieser Grenze und hier sind wir unter dieser Linie. Das ist erstmal diese bärische Zone. Die wir haben, nichtsdestotrotz sind wir hier erstmal im Kanal. Die große Unterstützung, die wir hier haben, oder den großen Support, den ich hier sehe. Oh, zack. So, hm, 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 wahrscheinlich noch nicht. Ich vergleiche gerade, also, um ein bisschen, das ist ja das Schlimmste, kennt ihr das an einer Support-Hotline? Wenn jemand irgendwas sucht, warten Sie, ich gucke gerade mal was im System nach und dann ist erstmal fünf Minuten Stille. Sollte man nicht machen. Ich habe auch, ich bin ja gelernter Softwareentwickler und auch da ist man auch mal im Support unterwegs gewesen. Also jetzt im Projektmanagement, aber eben damals Entwickler. Und da kriegt man dann auch beigebracht, immer schön reden, immer den Kunden zeigen, dass man ihn gerade betreut. Diese Linie müssen wir aber jetzt nochmal grün färben, weil das unser erster Support ist, den wir hier haben. Wobei, schauen wir einfach mal, wird wahrscheinlich nicht, ja doch, in der jüngsten Vergangenheit wird das wahrscheinlich der eigentliche Support sein. Aber, ich weiß, das Ganze sieht jetzt ein bisschen krekelkrackel aus. Das werden wir am Dienstag dann noch ein wenig aufräumen. Also, wie gesagt, unser Top, unser All-Time-High, ich glaube brauchen wir nicht lange darüber zu diskutieren, dass wir das neue All-Time-High einfach als nächstes Ziel haben. Und je nachdem, wie sich das Ganze ergibt, müssen wir mal gucken. Aktuell, wie gesagt, wir sind hier in der 4-Stunden-Kerze, auch das machen wir ein bisschen größer, kämpft so der Bitcoin gerade, so in diese bullische Variante reinzukommen. Ansonsten, wir haben hier aktuell einen Kurs von 50.627. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, der kleinste Support liegt bei ungefähr 50.000. Das merkt ihr einfach ganz grob, das mache ich auch, über 50.000 Wochen Schluss, für mich ist es jetzt ein bullisches Signal, darunter ein bärisches. Ja, wir sind auch bei über 50.000 jetzt aktuell und unter dieser Trendlinie, aber da werden wir einfach mal weiterschauen. Aber auch selbst, wenn das scheitern sollte, denn meine Idee oder das, was ich ja am Dienstag gesagt habe, ist, dass wir ungefähr das hier sehen, dass wir quasi hier das alte Hoch nochmal wenigstens ankratzen und dann vielleicht irgendwie, tatsächlich vielleicht sogar so, irgendwie sowas sehen. Was dann aber, sieht aus, als würden wir abwärts gehen, aber tatsächlich ist es einfach nur eine Seitwärtsbewegung. Und, wenn du denkst, dass wir vielleicht bullisch ausbrechen, vielleicht doch bärisch sind, weil ich habe ja schon deine Prognose gesehen, vielleicht machen wir das tatsächlich, schreib doch einfach mal in die Kommentare, was ist so deine Prognose, was so der tiefste oder vielleicht auch der höchste Stand, schreib es einfach dazu, im März für den Bitcoin sein könnte. Das würde mich nämlich interessieren. Wir sind jetzt knapp vor 60.000, die ganzen Promis machen jetzt die Laser Eyes till 100k, also bis zu 100.000 und es gibt schon Unkenrufe, dass wir so bis 25.000 runterfallen könnten. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, ansonsten kann ich dir nur raten, lass ein kostenloses Abo da, aktiviere die Glocke, dann verpasst du am Dienstag um 21 Uhr die Bitcoin-Chart-Analyse nicht, komm zu uns in die Community, dann kannst du auch mitvoten, was hier in diesem Videoformat gezeigt wird und wir sehen uns am Dienstag. Macht's gut!